Was ist die Klassiker der Klassiker? Sie dient dem Kennenlernen der relevanten Passagen der Klassiker. Wir wollten das einfach in der Woche machen, das unmittelbar vor dem Rennen machen zu müssen. Unmittelbar vor dem Rennen noch lange trainieren zu müssen und so erholten Topfit ins Rennen zu gehen. Und da haben wir gesagt, machen wir das in der Woche und trainieren hier einen Tag zusammen. Und es ist ja mal schön, die Jungs da immer wieder zu sehen. Mauer von Gerhalsbergen. Von Gerhalsbergen, genau. Ne, ich weiß gar nicht, da sind unsere Klassikerfüchse dabei, die haben die Speckenkenntnis. Mal schauen, wie sie uns heute hinführen. Die Säte von Gerhalsbergen, das ist eine Langsdachse. Die Säte von Gerhalsbergen, das ist ein Beispiel für die Wettbewerben. Von Gerhalsbergen, der war es so, dass sie aber noch nicht in der Woche sind. Man und der Säte von Gerhalsbergen sind in der Mitte. Die Säte von Gerhalsbergen, der ist die Säte von Gerhalsbergen. Sag mal Gerald, hier sind es 5 Grad, ich glaube in Katar 35. Gestern war ich minus 5, also 10 mehr als gestern, also ich passe mich langsam an. Freut es dich schon auf die Wüste? Ja, das ist strange, gestern war ich Skilaufen, morgen in der Wüste, aber warum nicht? Es ist jetzt, heute ist es ein bisschen warmer, 5 Grad, und wir fahren ziemlich schnell heute. Ich habe hier so die feste, und dann langarmtrikot, und dann noch ein langarmuntertrikot. Und hier lange Hosen, mit kurzen Hosen da runter, die Überschuhe, und das ist es. Das ist nicht zu viel Klamotten anziehen, auch nicht zu wenig, aber heute ist es schwierig. So ein bisschen, weiß ich nicht, ganz exakt, was wir anziehen müssen. Aber wenn wir kalt haben, dann fahren wir ein bisschen schneller. Ja. Hehehe